Herzlich Willkommen bei Pyrocheck Silvesterweuerwerk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte es heute ein bisschen knallen lassen und dafür habe ich mir ausgesucht von Nico die Knallkette. Das sind circa 1,50 Meter verbundene Knaller und so schaut das Ganze aus. Ich werde es jetzt nicht aus der Verpackung ernehmen, weil ich gleich noch ein bisschen durch die Gegend düsen muss, bevor wir sind und ja, ich bin gespannt. Wir zünden es gleich mal an und ich hoffe ihr habt Spaß damit. Also macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.